Ich bin der Bundesleiter von den Firmen und ich bin Architekt und wir beide repräsentieren die Bauerkarten. Also deshalb auch von Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank. Wir haben gestern diskutiert, das Problem, was Sie auch angesprochen haben, heißt Reluce oder Lucke. Ich glaube, da wurde richtig Luce ausgesprochen. Mein Problem wiederum, und das ist repräsentativ für uns Architekten, ich bin Naturwissenschaftler und eigentlich hätte ich auch Latein haben müssen. Ich glaube, man muss Latein sprechen können, um als Architekt wirklich gut zu sein. Aber sei es. Many thanks for this procedure, for this idea. And I'm just very impressed that it's normally our job to do that. And so you're coming from Italy and make this wonderful project. Luce war unser Direktor, ein ganz wichtiger Architekt der 2. Schinkelschule. Er hat Schinkel, glaube ich, nicht mehr persönlich erleben dürfen. Es ist ein ganz wichtiger Architekt gewesen. Und es war wunderbar, wie Sie es geschrieben haben, dass Sie es schon gesagt haben, sehr früh gestorben. Viele Architekten erleidet es. Viele Architekten vollenden ihr Werk nicht. Es hat Ihnen aufgenommen, Sie waren eben gerade noch bei Alfred Messel, auch ein großer Architekt der Bauakademie-Mitglieder, auch früh verstorben. Pergamon-Museum, auch nicht persönlich zu Ende gebaut, auch ein Absolvent der Bauakademie. Er war ein Schüler von Luce und eben das Ganze mit Hitzig hier auch und ich habe noch andere Gräber mit angekauft, also die Architekten des 19. und 25. Jahrhunderts in Messel noch mit Hitzig hier gut vertreten und ganz wichtig und deshalb noch mal ganz ganz herzlichen Dank. Luce, ein Architekt des 19. Jahrhunderts, der zack dabei ist und bis auf die wenigen Projekte, die Sie gezeigt haben, in Vergessenheit geraten ist, wie viele Architekten leider in Vergessenheit geraten, gerade des 19. Jahrhunderts, des so wichtigen 19. Jahrhunderts, was heute, glaube ich, auch immer noch falsch bewertet wird und immer noch in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat wunderbare Wellen gebaut, die man auch heute wieder so bauen würde. Er hat viele Sachen gemacht, die, Frankfurt hat, wie Sie erwähnt, von großer Bedeutung sind. Er hat für die Kunsthalle Hamburg einen sehr schönen Entwurf gemacht. Und er hat für uns in der Bauakademie zwei wichtige Sachen noch initiiert. Einmal hat er die Schinkelsche Bauakademie umgebaut. Alle Fotos von den Innenräumen, die es von der Bauakademie gibt, sind nach dem Umbau von Luce. Er hat also sich damals nicht gescheut und heute hätte man, glaube ich, da größeren Respekt davor, ein Inkunabel der Architektur grundsätzlich zu verändern. Er hat da ein neues Treppenhaus angebaut, hat die Innendekorationen verändert. Insofern begegnet uns Luce immer täglich in unserer Arbeit bei dem Aufbau der Bauakademie, auf welche Ebene man sich bezieht, auf die Fotografien von Luce oder auf die Pläne von Schinkel. Sehr spannende Aufgabe. Es gibt ein schönes Blatt auch, mehrere Blätter, glaube ich, von Luce zur Erweiterung der Bauakademie. Es war ja die wichtige Architekturschule Preußens, die Gründung eigentlich der Architekturausbildung, fast in Europa, kann man sagen. Es war nur Frankreich. Paris war früher mit der Ecole des Gauxars. Also eine ganz wichtige Institution, die Technische Universität quasi der Nachfolger. Und Dieter Nägel auch quasi der Verwalter des Schinkelmuseums, des Schinkel-initiierten Architekturmuseums, als Sammlungsbestand für die Ausbildung von Architekten. Und das Zweite, bei Luce, was ich persönlich als Architekt sehr spannend finde, sind die heute leider vergessenen theoretischen Auseinandersetzungen des späten 19. Jahrhunderts über Formen. Wie baut man? In welchen Stile baut man? Und es gab einen wunderbaren Konflikt mit Stil, glaube ich, zu der damaligen Zeit, ob das von Schinkel glorifizierte Griechenland, wir kennen alle dieses schöne Bild, Blick in Griechenlandsblüte, die Gotik oder welcher Stil der angemessen ist, um den Preußen zu bauen. Da gab es einen großen Streit und es wurde gesagt, die Griechen kann man nicht transformieren hierher. Ja, es sind andere klimatische Bedingungen und es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Richard Lutz, der sagt, das Klima ist für die Architektur und für die Form unerheblich. Ein schöner Konflikt, ich würde sagen, ist doch erheblich. Und das ist eben das Bedauerliche, muss man dann sagen, bei den früh verstorbenen Architekten, dass sie zwar einige wichtige Aufsätze geschrieben haben, aber ein Gesamtwerkverzeichnis bis heute nicht existiert. Und wir kein Bild von ihm haben, seine Schriften nicht zusammengefasst sind. Und ich würde mal sagen, für mich zumindest würde ich das hier auch gerne zum Anlass nehmen, dass wir als Bauakademie vielleicht als Verpflichtung auch nehmen, uns in unseren alten Direktoren und großen Vorgängern doch ein wenig mehr zuzuwenden und zumindest es auch dokumentieren, was sie geleistet haben. Also insofern ganz herzlichen Dank von meiner Sicht als praktizierender Architekt auch nochmal auf dieses Werk hingewiesen zu werden durch Ihre schöne Veranstaltung. Und ich wünsche dem Projekt erstmal viel Erfolg. Ich finde auch, darf ich sagen, Ihre Initiative außerordentlich beeindruckend. Ich habe das gar nicht so realisiert und ich danke auch als Berliner und als Architekt und als Mitglied der Bauakademie ganz herzlich willkommen.